Ich kann dir das bei dem Bild nicht sagen. Ich würde auch fragen, wüsst du gleich her, kommt rein da. Alles klar. Ich mach die Geschwindigkeit. Blitzy. Ja. Ich kann eigentlich permanent spammen. Die dürfen mich neulich mit der Explosion drehen. 85 sollten wir ja locker schaffen. Doch, das meine ich. Das dürfen sie mich nicht mehr drehen. 85? Natürlich schaffen wir 85. Ich hab die beiden los. Nein, das war knapp. In der Explosion stand ich. Okay. Ja, das ist nämlich genau jetzt mein Problem. Ich krieg keine Geisteskraft zusammen. Na toll. Dann nimm nur irgendeinen Schrein. Nimm den Permas Dingsbos Schrein da. Ja, bis. Sehr gut. Das ist gut. Ich hab dich zu richtig damageiert. Der wollte mich boxen und weg war. Oh ja. Hat's auch den Verbindungsschrein gerade von mir. Ja. Sehr schön. Du holst die Schweine einfach dran. Sehr gut. Was haben wir denn jetzt noch? Macht und Speed, ne? Ja. Macht sollten wir uns noch aufheben. Ja, macht noch aufheben auf jeden Fall. Wenn wir... Oh, oh, oh. Dann haut den Speed rein, wenn du kannst. Ich bin tot. Okay. Genau tot vorausgefallert, ne? Fuck, Alter. Dann mach ich das jetzt. Die Explosionen sind echt nervig. Von den Schweine? Ne, von den Gegnern. Ja. Ein bisschen Art Precht im Spiel, ne? Ja. Was ist das denn? Für den Nahkämpfer, für den Nahkämpfer absolute Scheiße. Ja. Und jetzt kommt noch hier die Ice Waves. Ja. Und ich kann nicht mehr abschalten. Ich bin aber auch echt tot, ne? Das ist der Format. Ja. Bin aber schon bei 126. Gott. Leider gestorben, Digga. 126. Ein besser als vor. Holy shit. Und da. Ja. No, das ist aber auch nochmal. Komm. Bis zum nächsten Mal.